Ganz herzlich begrüße ich Sie alle heute hier in der Taufkapelle der Apostelkirche. Sie sehen eine neue Reihe Lieblingslieder im Advent auf unserem YouTube-Kanal der Lorenziuskirchgemeinde. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsadventslied? Mein Lieblingsadventslied ist das Lied »Die Nacht ist vorgetrungen«. Den Text schrieb Jochen Klepper am 4. Advent 1937. Die Nacht ist vorgetrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Nun sei nun, wohl gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Nachtgedanken, Nachterfahrung. Wir kennen sie aus unserem eigenen Leben. Nachts im Bett liegen, sich von einer Seite auf die andere drehen. Nicht schlafen können, weil einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Sorgen, Probleme, Zukunftsängste. Kennen Sie das? Ich kenne das gut. Der Dichter Heinrich Heine schrieb im 19. Jahrhundert ein Gedicht mit der Überschrift »Nachtgedanken«. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. So geht es auch mir jetzt manchmal. Die Corona-Pandemie bereitet mir große Sorgen. Neulich sagte ein Neffe von mir, der in einer Klinik als Arzt arbeitet, »Gisela, bitte sag deiner Gemeinde, dass sich alle impfen lassen mögen. In den Kliniken ist droht eine große Überlastung. Als Personal sind wir völlig erschöpft. Ich habe Angst, dass sich hier solche Bilder wie in Bergamo ereignen. Nachtgedanken. Wohin führt uns unsere Zukunft? Wir haben große Sorgen inmitten dieser Pandemie. Dabei haben wir uns so auf die Adventszeit gefreut. Wären Sie auch gern über einen Weihnachtsmarkt geschlendert, hätten auch Sie gern große Adventsfeiern gestaltet, viele Besuche bei Freunden und Verwandten sich vorgenommen. Doch nun heißt es wieder achtsam sein und Vorsicht walten lassen. Viele Menschen werden sich auch in dieser Adventszeit wieder ziemlich einsam und allein fühlen. Nachtgedanken im persönlichen und im gesellschaftlichen Bereich. Wir kennen es in diesen Tagen allzu gut. Die Nacht ist vorgetrungen. Der Tag ist nicht mehr fern, so schreibt Jochen Klepper. Wer war eigentlich Jochen Klepper? Er wurde 1903 in Schlesien geboren. Als Kind galt er als Träumer. Er studierte wie sein Vater Theologie, brach aber aus gesundheitlichen Gründen kurz vor dem Examen ab. Er widmete sich der Schriftstellerei. Das enttäuschte seine Eltern mächtig. 1931 heiratete er die Jüdin Hanni Stein. Sie war zehn Jahre älter als er und hatte bereits eine Tochter Renate. Die Hochzeit mit einer Jüdin brachten ihm persönliche Repressalien. So verlor er seine Anstellung beim Berliner Rundfunk und auch der Ullenstein Verlag kündigte ihn. Er wusste nicht, wie er seine Familie weiter ernähren soll. Und immer mehr bekam er Druck von den Nazis, mit einer Jüdin verheiratet zu sein, eine jüdische Tochter zu haben. Das alles wurde für ihn zu einer schweren Bedrohung. Und immer weiter schloss sich ein depressiver Kreis um ihn. Persönlich litt er unter Depressionen. Und oft sah er nur noch einen Abgrund vor sich. Darüber allerdings spürte er die Hände Gottes. Klepper kannte die Dunkelheit der Nacht. Er kannte die Tränen. Er kannte die schweren Gedanken und Gefühle. Und er sah, dass er als Familie hier in Deutschland keine Zukunft mehr hatte. Und so ging er mit seiner Familie 1942 in den Tod. Was für eine Einsamkeit. Was für eine Schwere. Was für eine Tragik. Und doch hat er so ein wunderbares Lied geschrieben. Menschen, die Depressionen erlebt haben, werden nachspüren können, was Jochen Klepper empfunden hat. Und Menschen, die sich in ihrem Leben bedroht und verfolgt gefühlt haben aufgrund ihrer Rasse oder Religion, werden diese Erfahrung und den Schmerz der Familie Klepper gut nachvollziehen können. Was für eine Finsternis. Was für eine Dunkelheit. Was für eine Schwere im Leben eines Menschen. Und dennoch hat Klepper uns dieses wunderbare Lied geschrieben. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Kennen Sie den Morgenstern in Ihrem Leben? Für mich ist der Morgenstern in diesem Lied das Licht, das von Gott herkommt. Für mich persönlich gibt es keine Finsternis, in dem nicht Gott mit seinem Licht hineinkommt. Gott will uns wie ein Morgenstern sein. In Jesus Christus ist er uns nahe gekommen. Und auch in diesem Advent weist er uns einen Weg zur Krippe. Weist er uns einen Weg zum Licht. Schenkt er uns wieder neue Hoffnung. Und all unsere Sorgen, all unsere Ängste, all unsere Ungewissheit, wenn wir an die Zukunft denken, inmitten aller Finsternis, wir dürfen alles Gott bringen. Und wir dürfen bitten, Gott, mach du das Dunkel in meinem Leben. Mach du das Dunkel inmitten, dieser Gesellschaft wieder hell. Begleite uns in dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie und bringe Licht an allen Orten dieser Welt. Lass überall dein Licht scheinen, Gott, und lass es hell werden in uns. Diesem Gott möchte ich vertrauen. Diesem Gott möchte ich auch mein Dunkel öffnen, was ich manchmal in mir spüre. Und diesen Gott bitte ich, lass dein Licht in mein Herz scheinen. Wenn ich mich diesem Gott öffne, dann kann ich spüren, wie mein Leben wieder hell wird und wie ich das Licht auch an andere weiter verschenken kann. So kann es Advent werden in mir und für andere. Begleite uns in mir und für andere. Ich bin mir da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020